was für das schlamp ist denn das macht mich hier das dreck jawohl war nicht mehr so cool der kann die hochfliegen das ist ja mega geil bei mir ist eine kartoffel schildkröte ich will mich wieder vergewaltigen hilfe immer es braucht mich hat er gehabt den drachen weggeknallt drachen knaller war alter die bombe von denen die ulti das ist richtig krass der packt wie so eine bombe in ein gewonnen oder ein stück noch ein stück war schnell bevor wir verloren haben den achten 6 nein los jetzt wird was reißen wird schon wieder unterwegs so knapp kölnisch wasser ne das 777 schwein hieß edeltraut so jetzt noch ein bisschen zusammenreißen und dann läuft gleichstand noch können wir alles holen ja wir hätten aber wenn es so weiter vorne ist dann ist es halt schwer da wieder ranzukommen wenn alle sterben naja virus musste auch erstmal in die klasse reinkommen jetzt hat er das ja ganz gut gemacht ich wurde mich gemäppelt hier jawohl so ist richtig immer drauf auf die braun wieder die bürger jungen ja muss man dann schild ergehen aber auch ab hier als ein hornissen schwamm naja in vier stücken musste geben Ich hoffe, dass ich gleich meine Wit hier habe und dann die zurecht hier habe. Diese Figuren haben doch gar nichts drauf. Hier ist doch jemand weiß. Ich klatsche die ganz gut weg. Ja. Jetzt wieder die miese, perverse Schildkröte. Naja. Das Spiel ist echt mal was... Das Spiel kann doch nichts für deine Unfähigkeit. Nee, das Spiel ist nichts für mich. Ich habe einfach nur Spaß daran. Das ist ja das Schlimmste. Wenn man an einem Spiel Spaß hat, das geht ja gar nicht. Ach so, das ist verkehrt. Ja, ach se, ist klar. Alles Banane. Das Schildkröte ist fast vergewaltigt hier. Kannst du dabei Spaß haben? Schöne Schild. Aber die Schildkröte ist richtig ätzend. Die ist so notgeil. Die will immer gleich mit Zunge. Nicht dieser Scheißvieh töten. Ja, irgendwie noch machen wir jetzt erst mal. Das müssen wir natürlich wieder dahin bringen, ja. Ich stehe da schon mit Schutscheln und dann kommt die Kerl auch und macht die Leute platt. Wenn die Schutscheln habe, ich kann nicht schießen, Leute. Da müssen wir da schon mal was machen, ey. Das geht schwer aus dem Jenseits. Alter, das gibt's doch nicht. Die scheiß Alte mit ihren scheiß... Das ist wieder die Engel Schildkröte. Da hab ich gefressen, Alter. Das war jetzt super. Du Scheiß, Alter, das gibt's doch nicht. Das ist Drecksvieh. Das wird jetzt langsam persönlich. Mit, komm, hinter mir her. Oh. Weiß ja so. Ah! Sonst wird doch nichts. Das ist die Scheißschildkröte wieder. Fick die Schildkröte, jawohl. Beim letzten Mal hast du doch Blumenkohl gesagt, oder was das war. Alter, zum Hühnchen jetzt rupf ich dich. Ich mach aus dir Hähnchen-Ragout. Ah, nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alter, schon wieder immer die scheiß verfickte Kette. Das ist ja Drecksvieh. Hab ich dich, du Penner! You are mine, Black King Bastard, du! Ich will noch ganz doll Schildkröten-Super. Oder Schildkröten-Püree wäre noch besser. Du, wo ist denn das, fette Vieh? Komm her! Ich grill dich! Nein, ich bin schon wieder tot. Jetzt macht den doch mal Plot hier! Ja! Alter, diese behinderte Marokka-Karame. Immer noch nicht tot. Ich fress gleich das Mikro auf hier. Scheiß Couch-Potato da. Das wäre, ja. Push and Playload. Mann, ey. Einmal einnehmen, die verkackten. Ich hab's! Oh, ich hab's Schild! Hier, ran hier! Ich hab's! Ich hab's! Ich hasse dich! Komm her! Bist du scheiß wie jetzt? Bist du ja gar nicht. Egal. Ja nicht. Ich will dich trotzdem so. Mann, ey, dit scheiß... Boah, ey! Hartnäckige Runde. Meine Fresse. Ich kann mal wieder shoppen. Ja, das würde ich da nicht vergessen, ne? Schön gut durch, G'sho, LP! Ja, fress Granaten, bitte. Ha, 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 ha. Wir fisten uns jetzt hier unten, Alter. Ey, geh lieber die Gegner fisten. Fiam, 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 fiam. Hab da noch ne Rechnung auf. Fiam, 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 fiam. alleine okay ich sie wieder die kröte was mich all die jahre misshandelt und jetzt schon wieder es gibt es mich schon wieder tot ich würde diese figuren in dem kack spieler wenig drauf oder bananen spiel ganz gut geschlossen vorne ja das ist die schildkröte die hat sehr viel damage da kann man jetzt die schlug richtig ich bin schon wieder im arsch hallo ich hab schon gar bock mehr auf den quatsch 12 12 ist jetzt auch nicht so der bringer ey virus du hast überhaupt noch nischt gekauft keine energie keinen dingsbums und so was alles auf i natürlich nicht so gut ja ich bin das auch gar nicht so lange die scheiß kröte man sie vergewaltigt mich schon wieder hilfe ich hab schon drauf gehalten mann nein ich wollte den scheiß drachen noch so linke maus dass dafür da mir andere leute anzugucken wie sie gerade sterben oder wie sie zocken aber wenn du bei mir guckst siehst du mehr sterben 58 sekunden sind so haben wir die shop naja sie haben es geschafft nicht hier wenn es so weiter geht ja bei mir die wisse die beiden folgen das ist ja die kriege die fresse nicht voll genug verstehe mann diese behinderte schwuchte schildkröte ja voll der übertreiber schmeißt erst mal die dicke bombe hin ok aber virus du musst dir auf i wirklich das mal kaufen ja damit du mehr schaden machst oder halt mehr damage du bist ja diese winderte schwuchte schildkröte ja die ist echt hart abgehalten sehr gut so ich stehe 18 19 zu 15 immer noch gleich stand das war alles geben hast du jetzt mal i gedrückt virus jetzt habe ich gedrückt und jetzt und jetzt kannst du dir was auswählen du bist der tank du musst halt da oben das schutzschild kaufen ne explosionsschild aha und das halt am besten ausbauen so du hast ja ich weiß ja nicht wieviel gold du hast oder wieviel credits jetzt aber tier 1 23 kanal blablabla und das tier und das tier der virus ab geht die luci so von vorne bis hinten und hinten quer das müssen wir jetzt gewinnen alter hier alles kommt doch mal schutzschild nicht vorbei ja komm schon du geile sau wuuu hallo schieß doch mal schieß nein hahaha ich habe eine henne gerade gehört bitte hier im baurenhof du urgesstest du für Dinger alter wirst du was ich meinen alter der hat ja dauernd irgendwas ja der hat dich an eine ruhige kugel geschoben ne die hauen mich auch weg alter ich wollte noch mein scheiß ding zu boah niederlage warum das ach die haben mit eingenommen ok boah ok das war da haben wir echt gut auf die presse gekriegt ja ganz schön ordentlich soja und was habt ihr so schönes nicht viel also ich hab 20 der eine hat 29 41 hat der victor 20 ach guck mal wir sind ziemlich ausgeglichen 21 jup bester schildeinsatz 98,601 naja keine haue oder was auch immer aber läuft läuft bei dir ich kann mit dem scheiß nichts anfangen gerade ganz ehrlich ja da müssen wir vielleicht nochmal die passenden klassen finden für uns ja ich denke auch also der drache war eigentlich ganz gut ich fand den eigentlich ganz movie izi krizzi kretzi aber beim nächsten mal weiter würde ich sagen oder ja würde ich auch sagen also für diese aufnahme bin ich eigentlich fertig muss ich sagen fertig mit der welt ja gut ich auch bedanke mich recht herzlich beim crow dass auf jeden fall dabei war nichts zu danken danke crow ja immer wieder doch immer wieder und ja würde ich sagen wenn ihr lust habt schaut auch beim nächsten mal wieder vorbei ja dann würde ich dem hier direkt mal direkt in die sprache rein hier ja mach das ruhig du kleine schwuchtel leute danke für die aufnahme bis zum nächsten mal und ciao ciao da geht die und lieber crow genau machst du gut mehr hast du nicht zu sagen dann soll ich den abschied jetzt noch machen na du hast ja da schon eine länge gezogen hier